Jo Leute, was geht? Cover-Unterschiedheit hier ist zurück zu einem neuen Video. Zu Rainbow Six. Okay, wir sind 4 gegen 5. Mit dabei ist mein lieber Ryan. Moin. Und ihr werdet im Hintergrund eine nette Musik hören, mit der ich jetzt gerade zocke. Oh, das ist Oregon, da muss ich IQ spielen. Da kenne ich nämlich nichts. Wir spielen Oregon. TDM-Bombe. Soll ich mit Sledge Pump-Push machen? Ne, defensiv. Wir sind nur zu viert. Achso, ja, bruh. Habe ich mir das gequittet? Warum startet man ein Rangspiel und danach am Anfang gleich zu quitten? Ja. Habe ich schon gar keinen Bock. Ja, aber egal. Für mein schönes Video haben wir Lust drauf. Das glänzt dieses Video. Ich hoffe, dass ihr euch gefällt. Leute, ich lasse ein Abo, lasse ein Like da. Checkt auf jeden Fall Ryan aus. Der wird auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt sein. Natürlich ist sicher, Freunde, mein Abo. Und da würde ich sagen, morgen so gegen 15, 16 Uhr werde ich dann live streamen, ein Bocker zuzuschauen. Ich bin einfach 15, 16 Uhr auf meinem Kanal vorbei. Der kann dann live mitzocken mit mir. Ah, die sind unten, Leute. Oh, Kapkan falle rechts unten. Wenn du reingehst. Oh, fuck. Ah, das gefällt mir, wenn ich mir auf Kais. Nein, ich hätte mir in meine Zone gesehen. Mir ist mir auf Kais. Fuck, Alter. Fast. Das Struggle. Du hast eine Bombe gefunden. 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 Wer echt dort das Bombe piekt. Ja, oh. Digga, das... Da will ich jetzt mal sehen. Bei so einem kranken AIM. Ah ja, bruh. Direkt mit dem Kopfballschneider. Nein. Wenn kannst du hinter mich gucken. Geht relativ schwer, wenn ich nicht mehr am Leben bin. Ja, du sollst hier hinter mich gucken, in der Drohne. Ja. Das war... Das war... BK. Das war Kapkan. Ich höre über mir was. Also würde ich dir meine peacen immer auf den Kopf영 creo um. Das war cognbum. Ja, das war es. Du kennt dich. Das war sicher. Du willst dich, der Ber PawonГ managed. Geht nicht. Alles w pajamas! Ich tweer fótchen! Geht nicht Last. Das war Kasach. Okay, ich weiß nicht, wie der letzte ist und ich habe jetzt schon keinen Bock. Op 4, letzte Operator standing. Op 4 eliminated. Ah, okay, das war sehr schön. Ich habe drei Leute weggeholt. Ich habe auch zwei geile Headshots gemacht. Er ist von Jäger gespawnt worden, er hat halt meinen Kopf getroffen und dann war es vorbei. Magst du Mira nehmen oder soll ich? Nee, warte, ich nehme, kannst du einen Operator mit einem Schild mitnehmen? Ja. Ich brauche dein Schild. Ich mache die Echo. Weil, Mira ist überhaupt gerne in einer Leverbombe, richtig geil. Und, ich mag Mira. Ich mag ihre Fähigkeit, während Mira kannst du. Komm gleich mit, Ryan. Nein, Ryan, ich brauche den Schild bei mir. An der Tür. Ryan, an der Tür brauche ich das Schild. Ja, warte mal. Warte mal. Ich denke, ich kriege das auch noch nicht. Ryan, mach einfach so ein Schild. Kannst du hier unten so ein kleines Loch eben machen? Kann ich eben nicht, kann ich eben nicht. Dann kann die Chips schon da werden, dass wir am entziehen, dass die nicht reinkommen. Warte mal. Schmeiß dich einfach da raus. Rauswerden. Das ist mein Mirror Fenster. Nein, ich will hier chillen. Mein Mirror Fenster. Okay, Ryan, du solltest hier rausgehen. Ryan, chill hier hinten. Lol, ach man, da war mein Geopo weg. Fuck. Fuck. Ja, man. Geil. Beide Yuki-Ka-I-Ka-Fort. Das ist... Ja. Okay, Team mit HC. Okay. 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 Okay, gut. Hey. Okay. Okay. Okay, gut, gut. Ach, der Sledge war hinten, der Sledge ist hinten. Aber der Diffuser liegt hinten. Schön, das Ding ist die letzte. Schade. Hätte ich da... Ach man, wäre ich ein Visier geblieben. Das war mein Fehler. Egal, war es aber nicht schlecht gemacht. Aber bei mir war es sowieso komisch. Ich habe einfach bei dir einfach nur noch... Du kennst ja das zwischen Visier und Nicht-Visier. Einfach genau dazwischen war ich drinnen. Loll. Muss ich das in meinem Video angucken. Mache ich. Warte, wer war jetzt die Ding, die hatte echt guten Aim. Ich mache jetzt mal Pumpen-Push, mal gucken, ob das klappt. Ich habe unserem Teammate ein bisschen das Leben gerettet. Blitz hat ihn gepusht und ich habe Blitz bekommen. Nice. Ich habe dann vor allem gewollt, dass sie vier werfen. Nur ich konnte es nicht bezünden, weil es mich davor geheadshottert hat. Also das letzte kam dann von links. Es regnet einfach noch immer. Es hört einfach nicht auf. Ich muss gleich mal ein Pfeil holen. Das machen wir jetzt mit dem Video. So dass sie immer die Kröte im Video. Sind wieder unten. Leasing haben sie. Kapkan-Dog. Bakery. Letzte wahrscheinlich wieder Ella oder Mira. Ne, ist sogar Puls. Ey, passt bei der Baustelle auch. Spawn nicht Baustelle. Mach ich noch den Ballschockplatz von daher. Oh, die wollen Spawnsteelle peaken. Junge hat er geprüft oder was. Digga, er hat so wenig Leben. Und ich hatte jetzt den letzten Pumpschuss. Warnshot ist der. Nein, ich sage nichts mehr, Digga. Dieser Kia ist richtig gut. Loll, Level 278. Ich habe Puls. Und Lesion. Hey, habe ich nicht den Lesion rausgezogen? Den Stackel. One friendly operator remaining. Ja, mit Velcro in der Radweg. Shotgun. Loll, Alter, ich habe nicht den Schuss mit Velcro in der Radweg. Shotgun. Ja. Leute, das war schlecht von mir. Gespielt. Gerade. Vorher. Los geht's. Loll, what the f**k? Der Teammate, Alter. Okay, das hübt. Der perfekte Titel, wenn es so weiterläuft. Die Sakiya 2050 ist richtig gut. Naja, ich finde es nicht so, unbedingt, aber... Ist nicht schlecht. Der Aims, der nicht egal sein. Gekiltert war er halt mindestens auf meinem Kopf drauf. So. Hm. Nachher mach jetzt mal erst russpiez. Ah. Ah ja, das Lied, so dass ich die ganze Zeit höre, schicke ich... äh, verlinke ich auch natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber Ryan, ich finde das echt komisch. Das war aber auch... Kannst du dich noch erinnern, wo ich nicht gestreamt habe? Wo ich auch 17 Kills hatte. 17,3 auf der Map. Ich glaube, es kommt mir so vor, als ob ich das knacken könnte. Abflug, wenn eben auf Drohnen, Leute. Schreibt Hashtag FahrradAim bitte in die Kommentare. Bitte tut mir den gefallen. LenkradAim. Die beste Erfindung ever. LenkradAim. FahrradAim. Ja, LenkradAim. Hatte ich gerade. Kannst du dich mit Lenkrad zocken? Kann man einen Rainbow mit Lenkrad zocken? Du kannst jede Spinn mit Lenkrad zocken. Chef, Alter. Du kannst sogar BO3 mit Lenkrad zocken. Ja. Ja. Ich bin auch ein Mensch. Ey, pass auf, die werden an Baustelle gehen wieder. Mal probieren. Mal probieren. Alter, er wusste einfach, dass ich da oben chill. Aber es war auch mein Fehler, dass ich nicht früher geschossen habe. Schau ich mir an. Lol. Ich finde, der hat nichts vor. Brian guckt hinter dir. Brian hinter dir pushen einige. Daarue. ARN in der fläche. Biste! 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 Biste. Biste! 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 Alle Freundlichen wurden eliminiert. Und das perfekte Funnel wüsste ich dann auch. Ja komm, wir machen die Funnel mit P90 sogar. Äh, P90 hier am meisten. Stell das aber mal vor, so ein Schild mit P90 oder mit einer Shotgun, Alter. Dass du am Anfang so ein Schild trägst so bei dir und dann einfach hast du halt eine Pistole und als Secondary hast du halt eine Shotgun. Aber du kannst halt nicht mit Shotgun und mit dem Schild hinterher rennen, sondern hast eine Shotgun hinten, nimmst die Shotgun und knallst ihn weg. Verstehst du was ich meine? Sobald das Schild am Rücken ist, dass du die Shotgun in der Hand hast. Ah, der oben. Neu. Äh, fahr nicht nach oben, die haben Mute. Egal, ich hab fast alle mal... Ah, ich kann meinen Spot machen, meinen One-Tap-Spot. Wo ich nur, äh, wo ich jemanden durch die Wand hecke. Jetzt zeig ich jetzt den Spot und ich mein, vielleicht krieg ich sogar wem. Den Spot und dann... Ich hab echt Film bekommen. Ich hab den Besten. Guck mal, wer ich geholt hab. Und guck mal, von wo. Alter, ich hab doch gesagt, mein Spot klappt immer. Ey, ich wette, dieser Typ wird mich anschreiben. Ey, wir schreiben Nice-Hacks-Bros. Äh, Bro. Ach, Digga. Warum trifft keiner an meiner Schüssel? Und er hat noch 25 lebt. Ich hab keine, das ist zu eng. Ey, guck mir mal zu. Ich zeig dir, von wo ich ihn geholt hab. Ich stand hier oben, wo ich jetzt markiert habe. Hier oben stand ich. Und hab in das Fenster rein gewone-steppt. Leute. Was? Ach, du Lacka, Digga. Die denken jetzt safe, dass du ein Hacker bist. Was war das denn, bitte? Ich muss raus, ich muss raus. Ich hab gejoked. Denken echt nicht, Hacker. Alter. Und ich weiß halt, wo die Frost ist. Das war schlecht von mir. Alter, da ist es gekommen. Alter. Aber, diese zwei Wall-Hacks. Okay, ich weiß den Titel ab jetzt. Der Titel lautet, zwei Wall-Hacks in einer Runde. Zwei Wall-Hacks in einer Runde. Lass nach oben gehen. Wir haben unten zwei Eimer verkackt. Ja. Bin ich auch der Meinung. Ich mach wieder meine Hauptsitz-Camp. Der Schenker oder Ekko. Ekko warst du echt gut. Aber, dass ich... Ich hätte mit fucking Visier bleiben sollen, dass ich mit der Bering geschossen hätte. Ja. Mann. Aber, diese Mira, Alter. Ich will wissen, Leute. Ich will wissen, ob mir jetzt wer geschrieben hat. Wir können das selber sehen. Es hat mir niemand geschrieben. Es hat mir niemand geschrieben. Es hat mir niemand geschrieben. Das ist... Äh... Hacking. You are fucking new. Boah, da hätte ich nicht wirklich was gewohnt hätte. Leute, ich zeig euch wieder meine schöne Cam. Für die Leute, die... Die Leute, ihr werdet die Cam wahrscheinlich... Die jetzt neu dazukommen, wenn die Cam wahrscheinlich nicht kennen. Digga, ernsthaft? Jemand hat mit seiner Kontaktnade gerade meine Yuki-Drohne geführt gemacht. Das... Das ist wirklich komplett. Leute, schaut euch diese Cam an. Ich kann hier jeden entdecken. Die haben wieder einen Blitz. Der hat noch eine Switch. Ah, Ash. Sorry. Pay call. Mann, Leute. Die Windradcam. Meine Windradcam. Aber schaut euch diese Cam an. Dieser Spot. Hab ich veraimt. Am Fenster rein. Oh, jetzt kann ich perfekt kicken, Digga. Was? Der hat noch einen Montagne. Montagne. Ist der letzte. Oh, lol. Was? Das war ein Gegner. Ich wusste gar nicht, dass die andere mit sind. Was? Ja. Wenn er das klatscht, Alter. Schade. Ja. Leute. Ihr seht, das war echt schade, dass wir leider verkackt haben. Aber neun, neun Kills. Boah. Das war schön. Schade. Leider 4-2 für Charakter. Aber wir waren auch nur zu viel im Team. Aber ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall Ryan aus. Lasst ein Abo, lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.